Vor über 100 Jahren hat Albert Einstein die Relativitätstheorie aufgestellt. Seiner Hypothese nach verformt jedes Objekt durch seine Gravitationskraft den Raum um sich herum, so wie diese schwere Kugel hier den Stoff. Und das hat auch Einfluss auf die Zeit. Wenn diese Kugel jetzt unendlich schwer wäre, dann würde sie Zeit und Raum so stark verformen, dass ihre Krümmung unüberwindbar wäre. Auch für das Licht. Und nach dieser Theorie müsste es auch schwarze Löcher geben. Also superdichte und damit schwere Objekte im Universum, die nicht sichtbar sind, weil sie alles Licht verschlucken. Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit schwarzen Löchern. Ich bin schon sehr gespannt auf seinen Aha-Moment. Herr Genzel, schön, dass Sie da sind. Gerne. Ich freue mich sehr, Sie zu treffen, bin aber auch ein bisschen aufgeregt, weil ich muss zugeben, Physik war jetzt nie unbedingt mein Fachgebiet. Aber ich bin schon sehr gespannt, denn Sie beschäftigen sich mit schwarzen Löchern. Was weiß man denn über schwarze Löcher? Nun ja, also schwarze Löcher sind im Prinzip erst mal irgendeine Masse, die auf so einem kleinen Volumen zusammengepresst ist, dass das Licht nicht mehr rauskommt. Und das ist eine Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie und die kann man im Prinzip, hat die Natur die Freiheit, sozusagen solche Objekte wie auch immer zu kreieren. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, dass es zwei sehr verschiedene Massenbereiche gibt von solchen schwarzen Löchern. Die eine, die wir untersuchen, findet man in den Zentren von Milchstraßensystemen. Das ist der eine Typ. Der andere Typ passiert, wenn ein sehr schwerer Stern am Ende seines Lebens sozusagen nicht mehr Energie produziert, also durch die Verschmelzung von Wasserstoff nach Helium und damit die Schwerkraft übernimmt und es gibt einen Kollaps, der dann zu einer Explosion führt. Das nennt man eine Supernova. Und da bleibt am Ende dann ein Objekt übrig, was also auch ein schwarzes Loch sein kann. Wie also mit welchen Instrumenten untersucht man denn schwarze Löcher? Die gibt es ja jetzt erst mal nur in der Theorie und dann sollen sie ja laut der Theorie auch nicht sichtbar sein. Das stelle ich mir ziemlich unmöglich vor. Wie könnte man diese Objekte sehen? Und man kann sie sehen durch ihre Wirkung der Schwerkraft auf andere Objekte in der Umgebung. Und Sie sehen das hier auf diesem kleinen Modellchen, das uns zeigt, wie das im Zentrum unserer Müllstraße aussieht. Und da sehen Sie also diese goldenen Bälle. Das sind Sterne. Wir benutzen diese Sterne, um damit die Gravitation des schwarzen Dings da im Zentrums zu vermessen und zu schauen, ob das vielleicht ein schwarzes Loch ist. Das Instrument, das Sie benutzen, um in das Zentrum unserer Galaxie zu schauen, sind im Prinzip sehr, sehr gute Teleskope, Superteleskope. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir benutzen die größten optischen Teleskope, die es heutzutage gibt. Da haben wir vier solcher Riesenteleskope in Chile. Also die ESO hat diese vier Teleskope, die normalerweise für normale Messungen unabhängig voneinander benutzt werden, für verschiedene astronomische Messungen. Aber im Prinzip kann man das Licht von zwei voneinander getrennten Teleskopen zusammenbringen, interferieren, wie wir sagen, um damit ein virtuelles Teleskop der Größe und Klasse 150 Meter etwa rauszumachen. Sie haben uns ein Video mitgebracht. Was genau sehen wir denn hier? Ja, also wenn Sie nachts sozusagen im dunklen Himmel nach oben schauen, dann sehen Sie die Ebene unserer Milchstraße. Wir sind also eine Scheibengalaxie. Und jetzt sehen Sie, wenn wir hineinfliegen ins Zentrum, zwischen den Sternen sehen Sie diese dunklen Regionen. Das ist interstellarer Staub und Gas zwischen den Sternen, der leider das sichtbare Licht sehr stark abdämpft. Das heißt also, wir können im Falle unserer Milchstraße gar nicht ins Zentrum schauen, sondern wir haben jetzt eben gerade unsere Wellenlänge geändert auf sogenannte Infrarotstrahlung. Und dann können wir jetzt im Zentrum auf einer Skala von ein paar Lichtjahren uns die Verteilung von Sternen anschauen. Und dann warten wir ab und messen immer wieder. Und wenn wir gut genug messen, dann sehen wir auf einmal, wie sich diese Sterne dort bewegen. Und genau aus dieser Bewegung können wir dann schließen, was für eine Masse im Zentrum ist. Wie müssten die sich denn jetzt verhalten? Also wenn so ein Stern sozusagen gebunden ist, also nicht nur zufällig vorbeiflegt, sondern gebunden ist an das schwarze Loch, dann sagt uns Newton, kann das auf elliptischen oder Kreisbahnen natürlich sein. Und die Vorhersorge von Newton ist, dass diese Bahnen immer im Raum stationär stehen bleiben. Es sei denn, da gibt es noch andere Objekte, die da sozusagen stören. Das ist in der allgemeinen Relativitätstheorie nicht so. Dort ist es eben so, dass die Vorhersage ist, dass also ein solcher Stern um ein schwarzes Loch präzediert. Das heißt, die Bahn in der Ebene der Bewegung des Sterns präzediert und macht solche Rosettenbewegungen bei verschiedenen Umlaufen. Wie lange braucht der Stern, den Sie jetzt beobachtet haben, um das schwarze Loch einmal verordnen? 16 Jahre, 16 Jahre. Und das war genau der Punkt, der für uns entscheidend war. Denn als wir und auch die amerikanischen Kollegen also diesen Stern zum ersten Mal da nahe am schwarzen Loch sahen und wir wussten, in 16 Jahren kommt das wieder, dann hatten wir sozusagen den Ansprung zu sagen, in 16 Jahren müssen wir fertig werden mit dem nächsten Gebet, um dann noch mal 20 mal besser zu vermessen. Das haben wir geschafft und waren dann eben in der Lage, einem 2018, die allgemeine Relativitätstheorie immer besser zu testen. Also ich merke schon, in Ihrem Beruf braucht man sehr viel Geduld, weil das zieht sich ja über viele Jahre. Wann war denn jetzt schlussendlich der Aha-Moment für Sie, wo Sie gesagt haben, ja, da habe ich jetzt was richtig Großartiges entdeckt? Mitte der 80er Jahre, noch nicht mit Sternen, aber mit Gas, hatten wir schon mal die ersten Anzeichen, dass da was ist. Das ist schon mal sehr gut. Aber weniger haben uns geglaubt und deshalb war es uns klar, jetzt müssen wir erst mal noch besser werden. Und dann, zehn Jahre später, hatten wir also diese ersten Sternbewegungen und konnten da sagen, ja, also das sieht ziemlich gut aus. Und dann auf einmal dieser Stern, der da unerwarteter Weise bis auf 17 Lichtstunden ankam. Das heißt, Ihr Aha-Moment hat sich eigentlich über 30 Jahre hingezogen, aber Sie konnten damit nachweisen, dass in diesem System zumindest die Relativitätstheorie greift und dass es in unserer Galaxie ein schwarzes Loch gibt. Ein solches schwarzes Loch gibt und damit sozusagen übertragbar in praktisch jeder anderen Ort. Und das heißt, also diese schwarzen Löcher sind nicht zufällig irgendwie, sondern sie sind ein Teil der Entwicklung unseres Universums und der Galaxien und in der Tat haben eine ganz wesentliche Bedeutung für das Wachstum der Galaxien. Also das Universum ist ja in Expansion begriffen, aber es gibt sozusagen lokal kleine Fluktuationen, wo es dichter ist, und zwar dicht genug, dass trotz der gesamten Expansion lokal wiederum das Material zusammenfällt, überwiegend sogenannte dunkle Materie, und dort bilden sich dann Galaxien. Ich merke schon, zu Ihrem Beruf gehört auf jeden Fall eine gewisse Technikaffinität und jede Menge Ausdauer. Aber die hat sich ja jetzt bei Ihnen gelohnt, denn Sie haben ja auch einen Nobelpreis bekommen. Ja, aber das konnte man natürlich nicht vermuten. War ja auch im Sinne von Nobel eigentlich nicht erwartbar, denn die Astronomie ist ja nicht eine der Forschungsrichtungen, in der normalerweise Nobelpreise in der Vergangenheit gefallen sind. Jetzt mehr, aber das ist, weil eben so viele tolle neue Entdeckungen gekommen sind. Also die schwarzen Löcher sind davon eins, die Ausdehnung, also die Expansion des Weltalls, ist das Zweite, die sogenannte dunkle Energie. Wir haben als Menschen uns für Tausende von Jahren gefragt, ob es andere Lebenswesen geben könnte. Heute wissen wir schon von 5.000 anderen Planeten, und wir messen jetzt schon die Atmosphären von solchen Planeten. Und ich bin überzeugt, in 10, 20 Jahren werden wir solche Planeten chemisch sozusagen so weit analysiert haben, dass wir welche charakterisieren könnten, wo Leben entstanden sein könnte. Da treffen wir uns hier nochmal, wenn es soweit ist und sprechen nochmal darüber. Vielen Dank, Herr Gänzel, dass Sie da waren. Wirklich super spannend und ich freue mich schon auf den nächsten Aha-Moment mit euch. Bis dahin, Servus! Vielen Dank!